hallo und willkommen zu einem weiteren video hier im kanal wie ihr seht wir beide stehen hier mit mikrofon weil wie angekündigt gibt es heute den lang erwarteten mikrofon vergleich von uns wir testen drei verschiedene mikrofone und schaut weiter ja wir haben folgende drei mikrofone hier also zum einen das ist das schur sm58 eines der meistgekauften bühnenmikrofone der welt und das kostet aktuell um die 100 euro ich habe das beta 58 a hier ist auch ein super beliebtes mikrofon auch bei podcastern auf der bühne genauso und das kostet etwas mehr wir werden einblenden wie viel es kostet weil ich jetzt nichts falsches sagen will ich glaube etwas um die 150 beziehungsweise etwas mehr als 150 euro und das ist das schur beta 87 a das ist quasi eine preisstufe höher das kostet um die 200 und zwischen 260 und 280 glaube ich sogar und das wird teilweise angepriesen als ein sehr sehr gutes podcast mikrofon aber auch gesangs mikrofon soll etwas klarer sein und jetzt gibt es von uns zu allen mikrofonen eine leseprobe damit ihr selbst entscheiden könnt welches euch am besten gefällt ja daniel leg los genau ich starte hier mal wir hier ein magazin das wir kostenlos zugeschickt bekommen einfach geöffnet dachte mir suchen hier irgendeinen text raus und wir mir das thema wie gut ist fifa 21 die e-sport profis vom fc red bull salzburg haben die jüngste version des beliebten fußball games getestet ihr urteil neue features haben das spiel spannender schwieriger und besser gemacht ich glaube das genügt schon und jetzt gibt es genau dieselbe leseprobe auch noch mal von mir damit zwei unterschiedliche stimmbilder dazu habt also große frage wie gut ist fifa 21 die e-sport profis vom fc red bull salzburg haben die jüngste version des beliebten fußball games getestet ihr urteil neue features haben das spiel spannender schwieriger und besser gemacht wie gut ist fifa 21 die e-sport profis vom fc red bull salzburg haben die jüngste version des beliebten fußball games getestet ihr urteil neue features haben das spiel spannender schwieriger und besser gemacht die e-sport profis von fc red bull salzburg haben die jüngste version des beliebten fußball games getestet ihr urteil neue features haben das spiel spannender schwieriger und besser gemacht wie gut ist fifa 21 die e-sport profis von fc red bull salzburg haben die jüngste version des beliebten fußball games getestet ihr urteil neue features haben das spiel spannender schwieriger und besser gemacht wie gut ist fifa 21 die e-sport profis von fc red bull salzburg haben die jüngste version des beliebten fußball games getestet ihr urteil neue features haben das spiel spannender schwieriger und besser gemacht nachdem wir das jetzt gelesen haben werden wir uns die dateien kurz anhören und dann gibt es von uns ein fazit zu den drei mikrofonen bis gleich 15 minutes later hallo ich hoffe euch hat das gefallen was wieder vorgelesen haben dass der vergleich für euch auch gut war und dass ihr das ja auch die verschiedenen tonalitäten gut vergleichen konnten die klangfarben und auch das gesprochene wort wir werden die aufnahme jetzt hinterher in der postproduktion nicht verändern das ist alles so wie das vom zoom unserem externen recorder quasi genau kurz noch zur aufklärung wir verwenden hier den zum h4n pro ja wir verlinken euch den ihr könnt aber genauso gut den zum h5 nachfolgemodell ist der neuere der hat etwas bessere akkulaufzeiten nachgebessert aber es fehlen interessanterweise auch gewisse features die der h4n pro hat fehlen im h5 warum auch immer sucht euch den raus es ist egal egal wir wollten nur mal kurz erwähnen damit ihr wisst auch mit was das aufgenommen wurde und ja was ist denn unser fazit wir mit drei verschiedenen mikrofone alle von schur in drei verschiedenen preisbereichen 100 euro 160 euro glaube ich 280 euro ist das so dass das teuerste so am besten ist vielleicht noch ganz kurz bevor wir auf das zu sprechen bekommen und zwar dieses setup wir jetzt hier seht oder dass ihr jetzt hier seht das ist das setup das wir auch in zukunft und auch in der vergangenheit in dieser form verwendet haben und unserer meinung nach lässt sich damit die beste audioqualität erzielen wir haben ja in einem der letzten audio videos auch gesagt wie war unser weg und wir sind mit diesem setup sehr sehr zufrieden ja auf jeden fall genau also man hört einen unterschied zu auch zur funkstrecke oder natürlich ansteck mich kann man das immer noch toppen und noch ärger den raum besser akustisch hin bauen sei mal oder modifizieren modifizieren und natürlich könnte man auch jetzt mikrofon am 1000 euro hier anschnallen aber ist nicht notwendig und auch wenn das ist jetzt kein optimaler tonraum aber die mikrofone die audioqualität das passt einfach genau genau okay ja unser fazit ja zu deiner frage das war ob das teuerste gleich das beste mikrofon ist also das teuerste mikrofon ist das hier das ist das schuhe beta 87a wir haben uns jetzt die audioproben mehrmals angehört hintereinander und was man sagen muss oder was uns aufgefallen ist dieses mikrofon ist von allen dreien am klarsten genau vor allem in den höhen her ja genau also das hört man schon man kann es heraus hören wir hören es jetzt ich sage mal in den letzten in den letzten videos ist uns das aufgefallen ganz am anfang wäre mir das nicht aufgefallen aber als wir das jetzt mehrmals hintereinander angehört haben muss ich zugeben das ist das klarste hängt doch ab was für kopfhörer was für lautsprecher man verwendet sehr stark davon abhängigen natürlich natürlich nur weil es am klarsten ist muss es nicht immer am angenehmsten sein für den zuhörer genau beziehungsweise hängt das sehr stark vom sprecher ab das hast du mir dann auch mal erklärt weil anfänglich war mein favorit das sm 58 das günstigste genau das war auch mein favorit weil es einfach so eine schöne so einen basslastigen klang hat es klingt alles etwas dumpfer und man neigt ja dazu dumpfe basslastige stimmen mit radiostimmen so jetzt als laie ich sagte das laie genau also ich fand auch als meine stimme hat ein bisschen tiefer geklungen dadurch auch etwas ruhiger fand ich in dem moment aber es fehlt natürlich irgendwie der ganze bereich halt also es ist nach oben hin nicht so klar genau die klarheit und es fällt einem erst dann auf nur weil es am angenehmsten ist ist es nicht unbedingt das beste ja und das 58a war oder das beta 58a ist schon irgendwie so das mittelding davon genau es ist ja auch preistechnisch das sm 58a kostet wie gesagt 100 euro das beta 58a 160 und das 87a 280 und jetzt reiht sich das das 58a beta 58a reiht sich reiht sich auch exakt ziemlich dazwischen ein ich würde sagen es ist fast eher schon beim 87a genau also es ist eher sehr klar in die höhen aber nicht so klar wie das nicht ganz so klar aber sie die zwei sind sich sehr sehr ähnlich und ganz am anfang es ist mir auch erst jetzt muss ich gestehen aufgefallen bei den letzten sprechproben dass das 87a doch die nuance vielleicht klarer ist als das 58a bisher hätte ich die beiden gleichgesetzt also man muss sich das richtig oft anhören auch und man neigt auch dazu sich also es ist total schwierig dass man sich da nicht irgendwas einbildet und nicht da muss man noch mal drüber schlafen noch mal anhören wir haben jetzt beide oft genug getestet und da über den zeitraum hat man dann gemerkt es ist ein klein tick klarer aber der unterschied vom vom sm 58a zum beta 58a der sofort erkennbar genau der ist deutlich wie gesagt da kann auch wieder subjektiv sagen was einem besser gefällt und zwischen denen ist es viel knapper und deshalb haben wir uns jetzt für uns als podcast setup für die 58a entschieden genau beta 58a weil es auch vom preis leistungsthema her sehr gutes ja man muss eh erwähnen dass die alle eigentlich preislich gut sind also es gibt auch von von konkurrenzmarken viel teurere modelle die nicht unbedingt besser sind ja beziehungsweise ist das wir sind jetzt so wie daniel das schön gesagt wir sind keine geschulten sprecher keine geschulten hörer genau und dafür ist dieses setup optimal und man kann aus diesen mikrofonen natürlich wenn man ein sprechtraining oder das gleiche hat kann man natürlich auch viel viel mehr noch herausholen theoretisch genau und und disclaimer drüber ein richtiger audiophiler voll profi der wirklich nur mit audio zu tun hat der wird das vielleicht auch wieder etwas anders interpretieren als wir aber ich glaube die meisten die sich jetzt die youtube videos anschauen sind nicht die absoluten audio profis und da gilt dann unsere subjektive meinung halt natürlich auch ja in dem grad ja was wirklich empfehlen wollen sie natürlich mikrofone mit denen wir zufrieden sind genau preis leistungstechnisch in ordnung sind wo man sich jetzt nicht fünfmal überlegen muss gibt man das geld aus oder nicht die einzige frage die die ihr stellen müsst wollt ihr eine audio qualität haben die wirklich ausgezeichnet ist und das ist sie und das ist sie auch mit dem schur beta 58a das sind die mikrofone oder das ist das mikrofon das wir verwenden werden wir sind höchst zufrieden und das ist auch unsere empfehlung wir verlinken euch alle mikrofone genau in der beschreibung wir würden euch unbedingt empfehlen bestellt sie euch und testet sie damit ihr dann entscheiden könnt welches mikrofon zu eurer stimme passt und welches euch subjektiv am besten gefällt und ihr müsstet auch vorab ein bisschen entscheiden braucht ihr ein aufnahmegerät oder nicht genügt es euch auch per usb direkt in den pc rein aufzunehmen genau da verlinken wir euch jetzt da braucht man xlr zu usb noch einen zwischenverstärker beziehungsweise ein paar podcast mikrofone gehen ja auch direkt in den pc das wollte ich jetzt ach so da kann man sich das auch etwas erleichtern wenn man immer nur in den pc aufnimmt dann kann man das aufnahmegerät weglassen in unserem fall ist das die viel bessere lösung weil wir nicht immer im pc hier stehen haben wollen oder zwei vor allem wenn wir zu zweit oder geplant sind auch podcast podcast von uns mit mehreren fotografen und anderen akteuren im kreativ business sage ich und da braucht man dann mehrere mikrofone und das geht dann mit usb nicht mehr das stimmt das ist nur eine überlegung auch wenn ihr nur für euch irgendeinen podcast aufnehmen wollt und zum abschluss noch damit wir jetzt diese rangliste haben unser platz eins ist das das hier ja das beta 58 a platz zwei wäre so das teure beta 87 a und auf platz drei aber jetzt bitte nicht dass das wesentlich schlechter ist sondern unser eindruck sm58 genau alles von schuhe haben wir gekauft ist voll okay voll okay ja genau wir sind uns auch schuhe und nicht gesponsert genau ich wünsche euch viel spaß beim kommentieren und abonnieren natürlich von unserem kanal und beim fotografieren ciao ciao